Und was sagst du? Pass auf, das Beste hast du noch nicht gesehen! Hallo, die Herren! Also, ich weiß wirklich nicht, dass sie sehr gefährlich... Das ist der Weg, um so zu leben wie Larry. Kleinen Moment mal bitte, du verstehst doch was falsch. Leben wie Larry heißt nicht, jegliche Vorsicht außer Acht zu lassen und alles aufs Spiel zu setzen für einen Stunt, der dich dein Leben kosten wird. Ähm, wolltest du nicht sagen, der uns unser Leben kosten wird? Nein, tut mir leid, ich meine dein Leben. Ich mach da nicht mit. Ich verstehe. Und das ist dein letztes Wort in dieser Angelegenheit. Du tust mir leid, mein Freund. Jeha! Ich mach da nicht. Ich mach da nicht. ...ausf, die Mannschaft bis in dieser Länge. Ich versuchte dich für dich. Untertitelung des ZDF, 2020